Hallo bei den Spielzeugtestern! Wieder ist ein Jahr rum und zwar ein ganz besonderes für uns alle. Die letzten Monate haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, dankbar zu sein für die Menschen in unserem Leben. Gesundheit und all die kleinen Dinge, die uns so selbstverständlich erscheinen. So wie ein richtig sitzender Hut. Ich bin ein Angsthase, ich habe davor mehr Angst als du, oder? Mir macht es sehr Spaß. Danke, dass ihr an unserer Seite seid und danke für eure Unterstützung. Ihr seid toll! Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit euch und wünschen euch und euren Familien einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und Hannah einen passenden Hut. Und jetzt feiern wir Silvettes! Yeah! Ja! 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 Ja, vielen Dank! Ja, danke! Ja! 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 Bis zum nächsten Mal.